Ja, komm, die Eiswürfel. Vielleicht kann man die hier wieder aufladen, ne? Bis bald. Okay, bevor wir jetzt die Lust verlieren, jetzt haben wir ungefähr 10 Kilometer, es lohnt sich auch nicht mehr umzudrehen. Lachen wir mal weiter, ne? Äh, nochmal zur Info. Nächste Woche treffen wir uns an Stellenstein. Was ist da angesagt? Die Sechs-Weier-Tour. Ja, ich hab's mir schon erzählt. Aber die ist so toll. Das letzte Mal. Glaubt ihr ja auch nicht. Das sind dann 24 Kilometer. Ja.